Haben Sie in den letzten Tagen mal was auf Google gesucht? Womöglich sogar einen Job? Ich tippe hier mal irgendeinen Jobtitel ein, zum Beispiel Marketing Manager. Dann kommt erstmal das Übliche, nämlich ganz viel Werbung und dann hier unten irgendwann die bezahlten Postings von den Jobplattformen. Und dann ganz unten die echten Suchergebnisse. Moment mal, wenn ich jetzt nochmal hochscrolle, dann sehe ich was Neues. Denn Google hat jetzt einen eigenen Blog nur für Stellenangebote in den Suchergebnissen. In diesem Fall, wo ich nach Marketing Manager gegoogelt habe, zeigt er mir schon mal drei Jobs an, die auf meinen aktuellen Standort passen. Und man kann auch gleich sehen, wo Google diese Jobs gefunden hat. Und da wird es wirklich spannend. Das sind nämlich zuerst die üblichen Verdächtigen, also hier Xing oder ADECO. Also Firmen, die sich auch beruflich mit sowas beschäftigen. Aber dann haben wir hier einen Job von einer Firma, in dem Fall Eventim, der auch von der Firma selber direkt bei Google eingestellt wurde. Denn die neue Google Jobsuche kann jetzt auch auf Webseiten erkennen, ob da irgendwo ein Stellenangebot steht. Und dann nimmt es das entsprechend in seinen Suchindex auf, in den speziellen Bereich Stellenangebote. Okay, das klingt jetzt als Bewerber vielleicht gar nicht mal so spektakulär, aber den großen Jobbörsen macht genau das Angst. Denn bisher müssen die Firmen ja sehr viel Geld an StepStone oder Monster bezahlen, damit die ihre Jobs möglichst gut sichtbar im Internet listen. In Zukunft können die Firmen das einfach auf ihre Homepage packen. Google findet es dort und bietet es dann in der eigenen Jobbörse an. Völlig kostenlos. Und das ist genau das, was Seiten wie StepStone und Monster und Indeed und wie sie alle heißen, in Zukunft echt Probleme bereiten kann. Weil die leben davon. Nun wäre es aber für Bewerber ja auch noch nicht genug, wenn man diese Jobs jetzt einfach hier alle in dieser Liste finden würde. Aber schauen wir mal, was passiert, wenn ich mir hier die 100 weiteren Jobs ansehen will, die Google gefunden hat. Und siehe da, es kommt nicht einfach so eine lange, unübersichtliche Liste, sondern eine Möglichkeit, mit Filtern zu arbeiten. Und gehen wir die mal durch. Zuerst bietet mir Google verschiedene Kategorien an, in die sich so ein Job eingruppieren lässt. Also zum Beispiel ein Job im Bereich Werbung, Management, Verwaltung oder Vertrieb. Aber Google bietet auch die Filterfunktion, die man sonst nur von den richtigen Jobbörsen kannte. Ich kann zum Beispiel hier den Standort auswählen, an dem ich gerne arbeiten möchte. Das wäre jetzt in dem Beispiel Jobs in Hamburg und 100 Kilometer drumherum. Ich habe aber keine Lust auf einen langen Fahrtweg, also klicke ich auf zwei Kilometer und kriege jetzt nur noch die Jobs angezeigt, die auch wirklich direkt in Hamburg sind. Oder ich erweitere den Radius wieder entsprechend, dann sehe ich natürlich auch mehr Jobs. Das ist natürlich wirklich eine sehr nützliche Hilfe. Ich kann mir auch anzeigen lassen, seit wann die Stelle schon online ist. Mich interessieren jetzt zum Beispiel mal nur die Anzeigen von gestern. Da ist die Chance ja noch am höchsten, dass sich noch nicht so viele Leute beworben haben. Auch die Sprache ist ein möglicher Filter. Schauen wir hier mal nach englischen Anzeigen. Ja, die gibt es auch. Und wenn ich jetzt hier auf Art umschalte, dann sehen wir, dass einige Optionen ausgegraut sind. Aber kann das wirklich sein? Kann es sein, dass es auf ganz Google kein Praktikum und kein Teilzeit im Marketing gibt? Natürlich nicht. Denn zum Glück erkennen wir hier an der gelben Schrift, dass die alten Filter noch gesetzt sind, an denen ich gerade rumgespielt habe. Also, es gibt keine Jobs in Hamburg von gestern auf Englisch in Teilzeit. Wenn ich diese anderen Filter jetzt aber alle wieder entferne, dann ist natürlich die Menge an Jobs wieder deutlich größer und dann gibt es auch Teilzeitjobs. Ich lösche dir also lieber wieder alle und schaue mir mal den Punkt Arbeitgeber an. Und das finde ich tatsächlich sehr praktisch. Einfach eine kurze, knackige Liste von Unternehmen, die alle zurzeit Jobs anbieten, die für mich interessant sind. Wenn wir jetzt hier oben auf die Suchergebnisse zurückspringen, dann sehen wir am oberen Rand auch nochmal so ein paar Filter als Schnellzugriff. Und das ist im Grunde einfach nur eine kleine Auswahl der Filter, die wir gerade eben im Detail gesehen haben. Wenn wir jetzt also auf mehr Filter klicken, dann landen wir im Grunde genau da, wo wir gerade hergekommen sind. Jetzt haben wir hier oben in dem blauen Bereich noch eine kleine Navigation. Die Stellenangebote, da bewegen wir uns ja schon die ganze Zeit. Und der zweite Punkt verrät uns, dass man Stellenangebote offenbar auch speichern kann. Und das geht auch ganz leicht mit diesem kleinen Lesezeichen. Wenn ich da draufklicke, dann bleibt diese Jobanzeige in meiner Liste erhalten. Und das finde ich auch total praktisch. Und zu guter Letzt haben wir hier drüben dann die Google Alerts. Und zwar kann man sich da jeden Tag eine E-Mail schicken lassen mit den neuesten Ergebnissen zu einem bestimmten Suchbegriff. Dazu gehen wir wieder zurück auf das Suchergebnis und legen einfach mal ein paar Filter fest. Ich will zum Beispiel einen Job in Hamburg und zwar im Bereich Immobilien. So, und damit ich nicht jeden Tag wieder neu nachgucken muss, sage ich jetzt, dass ich gerne einen Alert dazu hätte. Und das war's schon. Ab jetzt bekomme ich jeden Morgen automatisch eine E-Mail mit allen Jobs, die Google in den letzten 24 Stunden dazu gefunden hat. Und so eine E-Mail sieht dann zum Beispiel so aus. Hier gibt es also gerade zehn neue Jobs vom 27. Mai und darunter steht auch, dass zwei Filter gesetzt sind. Und das sind genau die beiden, die ich eben gesetzt hatte, Hamburg und Immobilien. Die Liste kann ich in Ruhe durchgucken und mich dann entscheiden, ob ich mich vielleicht irgendwo bewerben möchte. Und das ist auch schon der grobe Überblick über die neue Jobsuche auf Google. Es gibt also keine spezielle URL, wo man diesen Service aufrufen kann, sondern sobald Google im Suchbegriff eine Jobbezeichnung entdeckt, dann blendet es automatisch diesen neuen Block Stellenangebote ein. Und wer weiß, vielleicht erwischen Sie dabei tatsächlich den einen Job, der auf monster.de und StepStone noch nicht mal gelistet war. Und das ist wirklich das Team,